Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut mindestens ein zunächst unidentifiziertes Geschoss in Richtung Meer abgefeuert. Wie weit es nach Osten geflogen ist und ob es sich um einen neuen Test einer ballistischen Rakete handelte, teilt der Generalstab am Montag zunächst nicht mit. UN-Resolutionen untersagen der selbsterklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch einen Nuklearsprengkopf tragen können. Sollte sich der Start einer Rakete durch Nordkoreas Militär bestätigen, wäre es der vierte seit Beginn des Jahres. Der bisher letzte hatte am Freitag stattgefunden, als laut Angaben aus Pyongyang zwei Raketen von einer mobilen Abschussrampe auf einem Zug in Richtung Meer abgefeuert worden waren. Der Test galt als Antwort auf neue Sanktionen der USA. Am Mittwoch hat das US-Finanzministerium Sanktionen gegen fünf Nordkoreaner beschlossen, denen es vorwarf, Güter für die Massenvernichtungs- und Raketenprogramme ihres Landes zu beschaffen. Zudem wollen die USA neue Sanktionen gegen Nordkorea durch die Vereinten Nationen durchsetzen.